So, da kommt er auch, unser Rennleiter. Muss doch mal winken, ne? Einen Klick nach links. So, damit geht Lümmel aus Camp. Letzte Mal, nee, vorletzte Mal für das Haarfinale 17.5. An den Start. Moin, Herr Behrens. Dürfte ich mit Ihnen einmal die Zeremonie durchsprechen? Geht nicht anders. Geht nicht anders. Oh, okay. Gut, und jetzt ist das Haarfinale für die Championship. Am Anfang hat der Marco. Wichter 1. Das war der Wichter-Geraden. Die Eos von der Rennleiter-Solansbrühe. Wichter 2. Ebi Behrens und Wichter 3. Christian auf der 4. Und die Ebi-Geraden auf der 4. Wichter 2. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Krankenhäulen sind bei der Schrauben für die lifestyle. Okay. Die Pist Christophie mit einfach communiker. There we go. Also jetzt die beiden sind durch, es fehlen immer Silvio und der Christian, wenn ihr laut verheben müsst. Das ist eigentlich jetzt von dem Kronenbieter Marco, von Jürgen, bei dem Silvio und dem Christian. Ganz, ganz spannendes Raum zwischen euch. Danke. Du warst Zweiter, ne? Ja, weil er eben gesagt hat. Ja? Bist du Zweiter? Wo sollte ich hin? Ja, alles gut. War ein Zweiter, war alles gut. Mach doch die Tür auf. So, Diskussionsrunde noch. Ja, aber alles gut, die Jungs, die verstehen sich schon. Das war das dritte und letzte 17-5er-Finale. Gleich geht's weiter mit den Stockies. Jawoll, bis gleich.